Bei einer Gewalttat an einer Schule in der finnischen Stadt Korpio ist am Dienstag mindestens ein Mensch getötet worden. Mindestens zehn Personen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Unter ihnen sei auch ein Verdächtiger, der in Gewahrsam genommen worden sei. Augenzeugen berichteten laut finnischen Medien, dass der Täter mit einem Schwert oder Säbel zunächst auf einen Lehrer losging. Panik sei ausgebrochen, Schüler warfen mit Stühlen auf den Angreifer. Daraufhin habe der Mann seine Mitschüler angegriffen. Mindestens zwei der Verletzten seien laut der Polizei in kritischem Zustand. Die Polizisten hätten von einer Schusswaffe Gebrauch gemacht, Details nannten die Behörden nicht. Die Schule befindet sich in einem Einkaufszentrum in der im Osten des Landes gelegenen Stadt.